Ich freue mich riesig, endlich ab, wie das ist heute in der Jahreszeit, um mich zu eröffnen. Lang, lang ist es her, dass ich hier war und ich weiß natürlich, was für die Kreuznacher der Jahrmarkt bedeutet. Ich weiß noch, als ich Chefin vom Sozialamt hier war, da haben wir immer den Spruch darauf gehabt, auch die Leute, die hier leben und ganz wenig Geld haben, die sparen das ganze Jahr, damit sie auf den Jahrmarkt gehen können. Und es ist ja tatsächlich so, dass dem Kreuznach jeder dem Jahrmarkt entgegen fiebert und einfach eine wunderbare, tolle Zeit hat. Und deshalb freue ich mich, dass es immer noch so fröhlich ist hier, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die mitmachen und die mit guter Laune dieses Fest zu einem tollen Fest machen. Es geht um Begegnung, es geht um Feiern, es geht um schöne Tage, bei wunderbarem Wetter. Und all das wünsche ich Ihnen und ich freue mich, dass ich mit dabei sein kann. Viel Spaß auf dem Kreuznacher Kreuznacher Jahrmarkt. Viel Spaß auf dem Kreuznacher Jahrmarkt. Vielen Dank. Vielen Dank.